Herzlich willkommen zum Werte Bene Vital Programm. Mein Name ist Katrin Zunkowitsch, ich bin Personal Trainerin und ich zeige Ihnen jetzt sechs Übungen für Ihren Stützapparat. Durch diese Übungen gelangen die Wirkstoffe von Werte Bene Bandscheibenkapseln besser in ihre Bandscheiben. Das Werte Bene Vital Programm ist für jeden geeignet. Sie benötigen weder viel Platz, noch viel Zeit. Ich zeige Ihnen jetzt diese sechs Übungen. Zur Durchführung der Übung Nummer 1 rollen Sie sich langsam, vorsichtig nach unten, legen Sie die Wirbelsäule ab, legen Sie die Hände seitlich zum Körper, Beine ausstrecken, die Fersen, die Beine, die Wirbelsäule berühren die Matte, aktivieren Sie jetzt Ihre Bauchmuskeln und ziehen den Bauch fest nach innen, Bauch anspannen und halten diese Position fünf Sekunden. Stellen Sie die Beine auf und rollen Sie sich wieder an einem Bein in die Ausgangsposition. Kommen Sie nun in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind unter der Schulter, die Knie sind hüftbreit geöffnet, die Wirbelsäule ist gerade. Strecken Sie jetzt den rechten Arm und das linke Bein, halten die Spannung insgesamt für drei Sekunden, wechseln Sie die Seite und spannen Sie den linken Arm und das rechte Bein für drei Sekunden und absetzen. Führen Sie auch diese Übung insgesamt fünfmal durch. Legen Sie sich zur Durchführung der Übung Nummer drei auf den Rücken, rollen Sie sich wieder an einem Bein nach unten, die Beine aufstellen, die Arme sind seitlich neben dem Körper, die Beine sind hüftbreit geöffnet, Gesäßmuskulatur anspannen, rollen Sie sich nun Wirbel für Wirbel nach oben in die Ausgangsposition, Gesäßmuskulatur anspannen, diese Übung insgesamt wieder fünf Sekunden halten, Spannung halten und wieder die Wirbelsäule abrollen, Wirbel für Wirbel. Auch diese Übung wird insgesamt fünfmal durchgeführt. Kommen Sie nun wieder in den Vierfüßlerstand, Hände sind wieder unter der Schulter, die Knie sind wieder hüftbreit geöffnet, Wirbelsäule ist gerade, Bauchdecke nach innen ziehen, Kinn zur Brust nehmen und führen Sie einen Katzenbuckel durch. Bauchmuskulatur ist fest, halten Sie die Übung wieder für fünf Sekunden und kommen Sie vorsichtig wieder in die Ausgangsposition. Führen Sie auch diese Übung wieder fünfmal durch. Für die nächste Übung benötigen Sie einen Sessel, die Sesselhöhe sollte ungefähr in Hüfthöhe sein. Stellen Sie sich vor den Sessel, legen die Hände ab, wandern Sie mit den Beinen zurück, der Oberkörper kommt nach unten, die Wirbelsäule ist gerade, Sie schauen dabei zum Boden, Sie spüren die Dehnung auf der Oberschenkelrückseite und im Rücken. Halten Sie diese Position für fünf Sekunden und kommen dann wieder in die Ausgangsposition zurück. Setzen Sie sich nun auf einen Sessel, die Wirbelsäule ist gerade, ziehen Sie jetzt das Brustbein leicht nach oben, die Hände liegen seitlich nach unten, aktivieren Sie jetzt wieder Ihren Bauch und spannen die Bauchmuskeln fest an und ziehen den Bauch nach innen. Festhalten die Spannung insgesamt für fünf Sekunden, Bauch einziehen, der Bauch ist fest und die Spannung wieder lösen. Machen Sie auch diese Übung wieder insgesamt fünf Mal. So, das war es auch schon. Jeder kann diese sechs Übungen ganz leicht zu Hause machen. Integrieren Sie diese sechs Übungen in Ihr tägliches Leben. Ihr Rücken wird es Ihnen danken. Das Vitalprogramm legt jeder Packung Wertebeine-Bandscheiben-Kapseln bei. Führen Sie die Übungen täglich durch und achten Sie dabei auf die richtige Reihenfolge. Dann wirkt die Kombination aus der Einnahme von Wertebeine-Bandscheiben-Kapseln und dem Vitalprogramm am besten. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Üben.